Herzlich willkommen zum Tutorial über den Impact Factor aus der Zitationsdatenbank Web of Science. Die Datenbank Web of Science finden Sie im Bibliotheksportal Primo im Suchraum Datenbanken. Suchen Sie mit dem Titel Web of Science. Sie erhalten eine Trefferliste mit 28 Ergebnissen. Wählen Sie aus der Trefferliste die Web of Science Core Collection, um Zugriff auf alle Teildatenbanken zu erhalten. In der Detailsanzeige eines Treffers folgen Sie dem Link zur Ressource, um zur Datenbank zu gelangen. Beispielhaft suchen Sie hier nach Aufsätzen von Stephen Hawking über schwarze Löcher. Sie erhalten eine Liste mit 54 Ergebnissen, sortiert nach Erscheinungsjahren. Der dritte Treffer sieht interessant aus. Sie klicken auf den Titel und sehen sich die Detailsanzeige an. Hier sehen Sie nun die ausführlichen bibliografischen Angaben, einen Abstract und rechts im Bild die Anzahl der Zitierungen. Aber Achtung! Es werden nur Zitierungen durch im Web of Science nachgewiesene Artikel angezeigt. Nicht alle, die jemals erfolgten. Daneben sehen Sie, dass der Artikel mit einem Pokal als Highly Cited Paper markiert wurde. Dieser Artikel hat also, gemessen an seinen Zitierungen im Web of Science, sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Unter der Beschreibung der Zeitschrift, in der dieser Artikel veröffentlicht wurde, finden Sie View Journal Impact. Sehen Sie sich den Impact Factor für diese Zeitschrift an. Die Zeitschrift Physical Review Letters hat im Jahr 2018 den Impact Factor 9,227. Aussagekräftiger ist sicher die Information, dass sie in der Web of Science Sachgruppe Physics Multidisciplinary auf Rang 6 von 81 Zeitschriften dieser Sachgruppe steht. Aber Achtung! Das betrifft wieder nur die im Web of Science erfassten Zeitschriften. Nicht alle, die es gibt. Die Quartile in Category zeigt ebenfalls den Stellenwert der Zeitschrift innerhalb der Sachgruppe. Klicken Sie nun auf Data from the 2018 Edition of Journal Citation Reports, um zu erfahren, wie der Impact Factor berechnet wird. In den Journal Citation Reports finden Sie detaillierte Informationen zur Zeitschrift Physical Review Letters, die Entwicklung des Journal Impact Factors über 5 Jahre und dessen genaue Berechnung für das Jahr 2018. Unter Key Indicators 2018 finden Sie weitere interessante Metriken, die teilweise nach berechtigter Kritik am Journal Impact Factor eingeführt wurden. Zum Beispiel der 5-Year Impact Factor, der einen längeren Zeitraum berücksichtigt, und den Immediacy Index. Der Immediacy Index dient der Ermittlung der Rezeptionsgeschwindigkeit und ergibt an, wie viele Artikel einer Zeitschrift noch innerhalb des Erscheinungsjahres zitiert wurden. Der Impact Factor Without Journal Safe Sites wurde nach Kritik, dass der Journal Impact Factor leicht manipuliert werden kann, eingeführt. Für dessen Berechnung werden diejenigen Zitierungen von der Gesamtzahl der Zitierungen substrahiert, in denen sich ein Autor selbst oder einen anderen Artikel derselben Zeitschrift zitiert. Unter Rank können Sie sich noch einmal das Ranking nach Journal Impact Factors und die Zuordnung zur Quartile für die Zeitschrift für mehrere Jahre ansehen und dadurch Entwicklungen oder Trends erkennen. Sie haben nun ausführliche Informationen rund um den Impact Factor erhalten. Weitere mögliche Fragestellungen zu Zeitschriftenmetriken werden im Video Journal Citation Reports geklärt. Vielen Dank für Ihr Interesse!